Hi! Sorry, dass ich dich störe. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin neu. Bevor du antwortest, ich habe noch was Wichtiges, weil ich hatte gestern einen Traum. Und zwar, ob man auch mit dem Handy bezahlen kann. Also ich weiß, es gibt so Kreditkarten, aber mit dem Handy wäre doch geiler, oder? Kannst du sowas machen? Ja klar. Hast du denn einen Apple oder einen Android? Apple. Äh, Apple-User. Ja, dann brauche ich einen Apfel von dir. Ja, okay. Habe ich zum Glück dabei. Bin ja vorbereitet. Alles klar. Danke. Durch diesen Apfel wird es getan. Die Zahl wird nun verraten. Apple Pay. Ganz einfach und ohne Hokuspokus.